ich weiß es nicht keine ahnung wo der kam es ist das bitte für den kompass resource packs wenn ihr mal das floß raus und packen mal das fährt andere rein was habe ich das als erst textur ist das wollte ich nicht das wollte ich doch nicht lass es ja da ist mein kopf abgeschmiert ich habe es mir noch mal so gut ist eine frau jetzt der ist immer noch so kann ich halt mal komplett raus moment zum kompass los das versteht aber nicht da lang müssen wir okay aber vorerst möchte ich mein pferd nehmen fährt 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 doch mit süßes wir besuchen jetzt endlich neue biome nur du und ich auch geil ja ja komm ich komme ich komme ich freue mich dann Wenn ich das noch reiten könnte, ist das Pferd der Oberhammer. Irgendwie einen Dungeon an der Oberfläche finden mit einem Sattel drin. Nein. Flug weg. So. Mitkomm. So, folge mir. Oh, geil, 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 geil. Komm mit, komm mit, komm mit. Oh mein Gott, mein Gott, mein Gott. Ah, Katzienholz, es gibt es also wirklich. Oh mein Gott, es sehen die Bäume geil aus. Alter Verwalter. Jetzt kann man erzählen, wie gut die aussehen, die Bäume. Das gefällt mir ja richtig. Okay, das ist ein Rot, das Holz. Ich packe mal die Glasflaschen weg, um eventuell Samen aufnehmen zu können. Komm mit. Und die gehen anscheinend noch nicht höher, als man mit der Axt schlagen kann. Noch ein Pluspunkt. Ne, das will ich nicht mitnehmen. Ich will Samen vom Baume, so gebe sie mir. Nein, will ich nicht. Ja, genau, die will ich. Wunderbrecht. Das ist auch so einer. Oh, das ist geil. Da nehme ich mir gleich mal. Na, ihr Süßen. Nehme ich mir gleich mal so ein ganzes Bäumchen mit. Oh ne, der ist höher als die anderen. Da muss ich mich hochbauen. Ja, mach ruhig. Was bist du, du bist normaler Baum? Ja. Er ist ja voll geil aus diesen Steppen. Sarwander hier. Das ist Sarwander hier. Finde ich mal mega chillig. Übelst geil. Ne, gefällt mir richtig. So, dann gehen wir noch mal in die Wüste dann. Oh, das ist ja geil. Haben wir doch noch gefunden. Da hat sich das ja doch noch gelohnt. Wir haben die neue Bauwarte weg. Und vielleicht fehlt mir in der Wüste noch ein Dungeon. Dann kann ich das Pferd vielleicht sogar reiten. Das wäre natürlich endgeil, wenn ich nicht die ganze Zeit aufpassen müsste, dass es noch hinter mir ist. Dann könnte ich ja, wenn ich übers Wasser gehe, weil ich ja Jesus bin, könnte ich dann das Pferd anleinen. So, dann nehmen wir das und das packen wir weg, weil dann finden wir jetzt eh nicht mehr. Dann hebt man jetzt auch keine Blumen mehr auf. Dann packe ich die auch gleich weg. Fischen tun wir auch nicht mehr. Deswegen fliegt der Kugelfisch auch weg. Tim Timini. So, das kann erstmal bleiben. So, wieder mit der ganzen Axt. So. Komm mit. Jetzt geht es in Bio. Jetzt geht es in ein Bio rein. Klasse. Jetzt geht es in eine Wüste rein. Boah, ist ja auch geil. Der Übergang von Savanne zu Wüste passt irgendwie. Oh, geil. Die Wüste. Yay. Und aber gleich ein Boden. Cool. Es gibt jetzt auch keine Wasser mehr in den Wüsten, soweit ich weiß. Nur noch Flüsse. Ich hoffe, dass wir keinen NPC da auch, sondern eine Pyramide finden. Da hätten wir vielleicht noch ein bisschen TNT. Ich weiß, dass ich TNT im Single-Player nutzen soll, weil ich springe eh nichts. Aber vielleicht, wenn wir irgendwas ausheben wollen, mal. Mega geil, der Bergplay. Alter, guck mal, da könntest du übelst geil was reinbauen. So, zeige mir, was haben wir denn noch so. Oh, ist das schön, dass wir jetzt noch was gefunden haben. Das freut mich richtig. Ich wollte jetzt sowieso mal das ausprobieren. Moment. Hey, es bringt uns zwar absolut gar nichts, aber wir haben so das geströpt. Yay. Juhu. Einfach nur für die Kiste und für die Bilder, weißt du wie? So ein bisschen Deko. So ein bisschen Todesgeströten mitnehmen. Und man sagen kann, wir haben alles mal eingesammelt. Wir haben alles vom Straßenrand aufgehoben. Alles. Waren uns für nichts zu schade. So fährt hier. Flup, 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 flup. spinne ich habe eine spinne gehört nur wo wo ist sie in der wüste bin ich meine meistens die versteckten dann schon zwar alles in sich zusammenfällt wenn die unter der oberfläche sind ich hoffe nur dass wir einen finden dass das fährt ist eigentlich von ihrer wenn ich irgendwann mal nicht mehr nach hinten gucke und dann weg ist es da geht der gleichs mehr los ok so groß ist die wüste anscheinend gar nicht komm jetzt na los ich wundere dass ich jetzt trotzdem noch hier hintergehe in die ecke ich suche halt wirklich so einen dungeon irgendwas wo halt ein satte drin ist na komm ach scheiße ach scheiße das geht hoch hier geht dann schon über den fluss drüber anscheinend noch siehst du warst immer gar nicht so falsch komm mal mit pferdchen voll gemisch ich hab eigentlich das wirklich auch mal von mir oder gar nicht registriert dass es weg ist jetzt wolltest du was essen oder keine ahnung halt ist noch eingeschlafen jetzt bleibt zu langweilig jetzt hier gleich große kämpfe los musik passt gerade irgendwie zu den savannen und dings biome ich putze mir ganz kurz die nase im moment alles mache ich wie an der kartenwerke fährt so oder bin ich auch schon wieder was war das denn jetzt das an das feld gemacht hallo leben du existen das wüste oh ja fährt genau das ja knutsch knutsch mit dem pferd wieso nicht ich habe auch sonst nichts besser auszutun auch das finde der schere sieht auch ganz geil aus mit dem faden guck mal hier so rüber das sieht so aus als wenn ich den faden mit einer zange festhalten würde so ja hier nur nicht zu viel anfassen von dem ekehaften faden da kommt jetzt ganz viele zombies auf uns zu mal gucken vielleicht wo viele zombies auf einmal gespawnt werden da ist ein villager schau du dass wir nicht in brand gesteckt wurden von ihm ja ja komm geh nach hause aua was wollte ich nicht ich habe mich geschlagen ich habe einen katt geschlagen oh mein gott ich habe einen feld das muss übertragen wir haben jetzt das muss aufpassen wo ich hin schlage ich darf mein pferd nicht treffen nein ich darf es nicht treffen boah übelst die punkte hier klub 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 das muss ich schon hätte mein pferd irgendwie reparieren 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 das können wir das pferd ich würde mich jetzt ein irgendwo nicht im weg steht das pferd das pferd ist so dämlich das pferd ist so selten dämlich einfach nur nein das gibt es echt nicht warum habe ich damit echt gerechnet das die ganze vorsicht mit dem pferd warum sonst wir können also noch mal von vorne loslegen ach so ein mist aber auch kann ich wenigstens schneller jetzt so ein dungeon suchen und danach holen wir uns nochmal ein pferd dungeon suchen ja ok wie gesagt ich hatte ja die playlist aktualisiert ich habe immer noch ich habe immer noch nichts gehört von der playlist wer weiß wann es kommt das ist creeper pulver jetzt kommt redstone jetzt kommt die hexe redstone ist schon klar ja ja ich weiß schon ihr wollt ihr habt mich alle ganz lieb ja ja jetzt auf einmal tropft die liebe hexe redstone wo ich nicht mehr brauche ich ja ne ja wie ich zum dritten mal sagen wollte ich habe die playlist aktualisiert das hat auch zur folge dass da jetzt die spiele sounds von new beginning und so mit drin sind beiden spiele habe ich auch gerade bekommen und da waren die soundtracks drauf und da habe ich gleich die soundtracks in die blade ist mit rein gezogen und ich habe sie mir noch gar nicht angehört vielleicht sind sie auch doof ich weiß es nicht ich kann auch dass sie sich nicht machen verräger ja diese gewalt im display so alles einsammeln nichts verkommen lassen hier ist ja nichts mehr sonst jetzt muss ich wohl wirklich langsam umdrehen und den nachhause weg das den ellenbogen am stuhl gerammt es macht mir gerade so viel spaß aufzunehmen einfach nur ich darf aber nicht übertreiben weil ich habe noch 15 folgen gehabt das macht so mega fahne einfach aufzunehmen wieder weil ich habe auch alles geändert gehabt und gut ich habe jetzt nicht alle taten jetzt gemacht aber taten schießen so eine sache muss dazu lust haben ich bin ja nicht so der büro mensch kann ich absolut gar nicht deswegen habe ich ja auch in handwerklichen ausgesucht weil ich absolut nicht der typ bin der sich ins büro hocken kann und dann stundenlang irgendwas machen kann das ist mir einfach so langweilig ich habe ich echt respekt vor den menschen erschaffen andererseits beleide ich sie auch nicht drum weil ich möchte es nicht schaffen können ich stundenlang in einem büro hocken das ist natürlich gut bezahltes geld wenn man das kann kann man damit gut geld verdienen aber ich brauche ich brauche es nicht habe ich schönere dinge im leben in dem 500 es war doch zurück hier und guckmann bewusst ein bisschen wo es bis was müssen mystery dele man alles klein husch aussieht aber auf dem tippen21 ausstatten² rüstung ich dachte wir haben die ganze die unsere gute rüstung aber auch nicht mal die gute rüstung sind ziemlich gut ausgerüstet und das schwert wahrscheinlich nicht reparieren können danach nur das ist euch klar schärfen fünf rückstoß ist schon zu Hause lege ich mir das dann weg für die hauswitzweiter der mission level zu 40 das nicht zuhause bin ich mir das dann weg für